Hallo, schön, dass du mein Video anschaust. In den nächsten 90 Sekunden erfährst du das Wichtigste zu einem Thema rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Heutiges Thema, Paar bleiben nach der Geburt. Nach der Geburt rückt das Baby unweigerlich in den Mittelpunkt. Es ist voll und ganz auf die Hilfe von Mama und Papa angewiesen und fordert diese auch ein. Die komplette Aufmerksamkeit gehört also dem neuen Erdenbürger. Doch wenn sich der Alltag mit der Zeit eingespielt hat und das Baby abends die ersten paar Stunden alleine schläft, haben die Eltern auch wieder ein wenig Zeit für sich als Paar. Und das ist auch gut so und darf genutzt werden. Denn es kann schnell passieren, dass man sich nach der Geburt als Paar erst einmal aus den Augen verliert. Und hier gibt es verschiedene Optionen, nicht nur Eltern zu sein, sondern auch Paar, Mann und Frau. Wichtig ist in jedem Fall, dass man mit seinem Partner im Gespräch bleibt, Bedürfnisse und Wünsche kommuniziert. Man weiß, was der andere braucht und kann sich austauschen, Dinge klären, für die man noch nicht bereit ist und Dinge besprechen, die man sich wünscht. So ist es möglich zu klären, was brauche ich, was braucht mein Partner. Im nächsten Schritt kann man dann schauen, wie können wir uns gemeinsame Paarzeit ermöglichen. Anfangs wahrscheinlich nur, wenn das Baby abends schläft, sich unterhalten, gemeinsam etwas essen, ein Film schauen. Ist das Baby dann älter, kann man es ein paar Stunden zu Oma und Opa oder anderen Bezugspersonen geben und ungestörte Zeit als Paar verbringen. Um noch mehr Mamas auf dieses Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video ein Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Weitere interessante Videos findest du hier. Wir sehen uns im nächsten Video. Deine Marie